ARD Text im Auftrag von Funk Ok, die Runde ist nicht so schön Jungs, hier über uns Gib mal Geld bitte Gib dir Nervig, Alter, du hast auf mich geschossen, Alter Jungs, Jungs, ich hab gerade einen mit dem B*** aus dem Heli rausgesniped Gib mal Geld bitte, ich war mir Geld Jungs, hier sind so viele Gegner Was machst du denn? Sag bitte Hey, Jungs, hier sind gerade 5 Leute abgesprungen Markus, komm mal her, gib mir Geld, Markus Gib mal Geld schnell Hey, jetzt ernst, komm Sieht doch gar nicht so schlecht aus, jetzt mach ernst Ja, wenn ich du dann mal sagst, gib Geld, wenn du dich stirbst, schade, dann ist ich nicht ernst Wollte, dass du bitte sagst Oh, da steht einer rechts, 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 rechts Ja, die kommen Ah, falsch, rechts, rechts, rechts Aha, ich lasse doch mal was nicht genommen, weil ich finde die hier gut Ich bin entkommen, jawohl Aber die wissen trotzdem, wo wir sind Freunde, in der Nähe Abhin, K.O. Ja, ich hab noch trocken Ich hab Munitionskiste, warte, ich hab Munitionskiste hier oben Oh, jetzt geht ab, Alter Pass auf, die haben RPGs Ja, sie brauchen eine Pass auf, Andi, zu dir kommt einer Von wo? Da hinten ist der Scheiße, der rett den Nein, mein Kill Da ist er Wo sind denn die, Alter? Boah, die schießt auf mich, ich wollt grad meine Box holen Links hier irgendwo Da Oben auf dem Berg, oben auf dem Berg, Jungs Oben auf dem Berg Oben auf dem Berg, oben auf dem Berg Die schießen vom Berg runter Alter Also ich kann meine Kiste nicht holen Andi, links von dir sind auch welche da Wo, wo Da, im Berg, in dem Gebäude, hier ist ein Werke drin Oder einer Auf jeden Fall Da raus springen Nein Der ist links, der ist ganz nach links rüber Ja, ich hab einen, hab ich K.O. Wer hat eine Claymore gesetzt? Ich hab eine Claymore gesetzt Kann nur Andi sein, das war mir gleich für eine Claymore Die Claymore sind geil Oben Wo sind's welche? Ach, schwer jetzt Ist hier unten, da ist keiner mehr Markus Weiß ich nicht, aber hinter Christian und so ist einer Also voll waren welche auf dem Berg da oben Hier, irgendwo Oh, da guck jetzt links Oh, Alter, hier in dem Gebäude Ich hab's gesagt, hier in euch sind welche Ach du Scheiße, Alter Ja, doch, aber Marco ist immer noch hier drin, Alter Echt Gebäude, hier Andi Da, wo ich gerade gestorben bin Da liegt der Lohn vor der Türe, glaub ich Da, wo du warst Links raus eigentlich Oh, ich hör Schritte, ich hör Schritte Ich hör Schritte, ganz viele Schritte Da ist er, ja In dem Haus, Alter Dann links in der Baustelle Genau, da war's Genau, sehr schön Christian, genau vor dir und rechts von dir Rechts Links oder? Ja, okay, warte Warte, der ist, okay Der ist links von mir Ja, hab ihn K.O. Zwei sind K.O. Nur noch einer Bin ich denn? Der ist ganz, der ist ganz weg Scheiße Markus, was auf dem roten Haus ist nur einer Hörst du was? Im roten Haus ist nur noch einer Keine mehr Bagger, geh mal zum Alters, K.O. Warte Ich hab doch jetzt noch mehr K.O. Der sitzt da ganz alleine drin, weil K.O. Irgendwo auf dem Berg hier oben waren immer noch welche, Alter Ja, gib mal Geld, gib mal Geld Warte Leck mich am Arsch, ey Da kommt einer angerannt, ey, ich dachte schon Scheiß rotes Haus, Alter So ein bisschen Geld bräuchte ich noch, dann könnte ich Warte, ich hab noch 200 Reicht nicht Pass auf hinter uns Hinter uns war's rot Feinde landen im Einsatzgebiet Wohin durch Oh, da kommt einer mit dem Schirm Ich hör's Ja Ja Alter Du 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 Wie unfair Ich hab ihn auch, komm her, komm her, der ist tot, der ist tot, hier hier Mach ihn gut Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm Mach ihn gut Dann kannst du mich hinterlegen Da ist ja noch einer Da war noch einer, der hat mich mit Pistole geholt, das ist der, den ich gebeten hab Das geht's nicht Das geht's nicht Dieser Hände war verhichter Davor drin, ihr seid beide gleichzeitig reingekommen Wahrscheinlich hat der auch gesagt, komm her, komm her, der ist down Der ist dumm, der ist nicht abgeleckt, der ist dumm Was? Nein, das hab ich vorhin markiert, das grüne Nein, das ist das, ihr Wacker Was? Wo, Alter? Die haben mich, die haben mich, die haben mich, gar guck, die Grenzen, die haben mich gerade Wegesprallen, wo ich reingerufen wurde von euch Tatsache, Alter, ja Wollt ihr meine Waffen holen und dann, weg war ich wieder Geh mal hier hin Ich komm nicht hoch Hörste, Kapitel Hörste, hier runter, hier runter, hier runter, hier runter Wo, Alter? Geh runter, geh runter, geh runter, geh runter Was war den, der mit der Bersuka, der mich wegläuert mit der Arsch an? Na klar, das war der Ding, der Markus mit der Bersuka da ist noch einer hinter uns der schießt jetzt von hinten ist er jetzt noch hier drin oder nicht ja aber der skau der kommt jetzt kommt die bekämpft sich wieder links von dir irgendwo was spielt der für den 16 ab und dann auch so links von dir bald auf einer rennen scheiß alter bestimmt Okay. Dreckiger Sch***. Was stark, stark, was stark, Alter, was? Dann eskaliert's, Alter. Da ist ein Auto, kurz durch. Jungs, Jungs. Ja, seid mal ein Leiser, der ist voll gebraucht. Komm, Marco, gib dich, okay. Oh, der kommt weg. Ja, Alter. Deaktiviert. Der war auch deaktiviert. Hammer. Komm, der ist nicht, der ist alleine. Ja, du bist nicht alleine. Echt gut, ne? Warum aber so deaktiviert bitte mit einem Schuss? Das ist nicht weggehen. Sag, er schreibt, ha ha ha. Ich wollte, ich hätte weiterlachen wegen Andi, ha ha ha. Heißt, ich kann keinen holen? Wie du den schon gleich wieder gesehen hast, Alter Schwede. Gibt hier keinen 500er Batzen mehr, oder was? Hier ist gar kein Geld. Oh, jetzt. Das ist so geil, ey. Mike, äh, warte, warte. Äh, hier waren Waffen. Ich hab das gar nicht gesehen. Hier waren Waffen. Aber das wird dir nicht überleicht. Aber das war sogar Geld. Ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab das gar nicht gesehen. Kopfgeld. Ach so. Ey, das sind meine Nicknacks. Weg von meinen Nicknacks. Meine Katze beschlüffelt meine Nicknacks. Ja. Hast du auch Katze? Ja. Ja, ein Kader. Er spielt mit... Er spielt mit der Krall beim Vier, Alter. Was ist mit... Mike, nur für dich. Boki. Boki, tsch, tsch. Boki, halte, halte. Tsch, tsch. Sag was, Boki. Lass mal da oder in die Richtung gehen. Goll. Ihr habt doch grad gesehen, dass der da im Haus war. Ja, aber warum bist du nicht zu uns gekommen? Wir waren einfach 200 Meter weg von dir. Du sagst doch, Paggan, du bist... Ja, aber du sagst, Paggan, du bist nicht in der Zone. Ich fang schon an, in der Luft zu husten. Ich denk so, okay... Welches Haus war der? In dem hier. Boah. Warte. Nein, nein, nein. Das war in der Zone, Mann. Das war doch... Ja, was? Das ist dahin. Das ist das Haus. Du wolltest zum Ludwig, oder? Nein, der kam erst danach. Genau. Ich wollte nur... Jetzt kommt die Zone wieder wieder. Alter, hier oben liegen so viele Waffen, Junge. Aber ich komme immer das zweites. Ich hab ne Grauen. Ja. Ja, sehr schnell, Andy. Du hast ja gesehen bei mir, oder? Zone. Das ist gegen den Rechtsflugster. Lass mal nach rechts in das Haus rüber. Ich hatte gar keine Wahl, Alter. Ja, wenn da... Da vorne ist er. Da vorne, 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 vorne. Gerade aus. Hier, Leute, da oben. Ja, das ist der. Da rechts auch noch, rechts auch noch. Rechts auch noch. Warte, das weibert hierher. Achtung. Die laufen nach links hoch. Die laufen nach links hoch. Da war es, glaube ich, in dem Haus. Da oben liegt der noch, oder? Ja, da oben im Busch. Der hat sich da oben versteckt, ja. Auf, Tür zu, Tür auf. Boah, sind das mehrere. Das sind mehrere, Jungs. Das sind drei. Drei, drei, drei. Pass auf. Ja, das ist nice. Ja, hast gesehen, das schöne nicht. Nö, ich hab die laufen zu. Mike-Zone. Nee, aber ich guck, ich guck bei Mike grad zu. Achso. Oh, nein, Mike. Ja, der hat mich schon seitdem. Der hat mich schon seitdem gehabt. Jetzt pass auf. Muss man den vier hat er jetzt. Der Mike. Fass. Mit einem Baum. Ja, genau, jetzt hat sie ihn. Unter, 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 Break. Hm? Jawohl, Alter. Durch den Baumstamm, durch, Alter. Durch den kleinen Schlitz. Ja, genau. Ja. Ja, wie viel Panzer-Breaks sind die? Habt du fast vorgestanden, die? An dem Berg, oder? Ja, da sind auch welche. Ja, da haben wir getroffen, Alter. So, warte nicht. Ah, ich seh den, ja, Mann. Ich muss. Jawohl, Alter. Aber ein Gauer ist ein Baum rechts. Nein, wieso? Das war ein Headshot, Alter, gell? Ruhig bleiben. Jungs, kurz Ruhe und ruhig bleiben. Das können wir nämlich gewinnen. Beide in der Nähe. Da ist einer noch. Ja, er hat mich gut gemacht. Lass die sich bekämpfen. Zone kommt. Da rechts ist einer. Mike, rechts ist der Kopf. Rechts ist der Kopf. Ja. Auf den K.O. Der rechts ist K.O., Markus. Ja, links sind halt auch welche. Ernst. Der rechts ist mein Problem. Der ist ganz alleine. Der ist selbst wie weit, glaube ich. Pass auf, hier links hinter dem Stein sind auch welche. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Richtung. Hey. Da oben rennt er. Ja, da oben rein. Ja, hier links ist er. Ja, hier links ist er. Bin ich jetzt wieder blieben? Ja, nee, nicht mit Mike, Alter. Ich habe schon gestritten. Mit dem Herz der Deckung ist zu weit drauf. Der hat Geist drin. Kannst du da bleiben? Ja, pass auf, hier ist einer. Komm, gewinnt es für uns. Gewinnt es, wir wollen auch gewinnen. Hör, wo ist der hin? Da oben. Das sind nur noch zwei. Einer. Einer. Meiner. Das ist der da. Einer gegen zwei, Alter. Da hinter dem Baum ist er. Der spielt, Alter. Ab ihn. K.O. Einer. Einer. Ja, boah, Alter. Ey, ich war zurück. Schießt du das? Ey, guck dir das jetzt an, Andy. Wir steigen auch mit ein. Das war einfach noch gerissen. Aber wenn ich viermalen der Bälle gemacht habe, dann gib mir das knappe Bälle, Alter. Ich bin der erste, oder? Jawohl. Also der erste, der in den Helikopter reingeht. Wartet mal noch mit rausgehen. Jetzt bleiben wir noch drin. Ah, irre. Eic, bist du jemals erster geworden mit zwei Kills? Äh, mit einem Kill? Nein, das habe ich auch nicht gesehen. Guck mal da, hier, die Legenda, Alter. Guck mal. Alter, mit einem Kill. Geil, Alter. Das hast du noch nie gemacht mit einem Kill erster, oder? Ich schwör, ich hab das noch nie gemacht mit einem Kill erster. Haha. Das war krank. Aber der Helikopter ist nicht geil. Ey, gibt es jetzt eigentlich extra Punkte bei der ersten? Muss ein Hammer sein. Ja. Hammer, meiner Hammer. Wirklich starke Leistung, ja, zwei. Ja, wie? Wir waren doch auch dabei. Nein. Welche Punkte? Ich muss euch ja auch mal lassen. Dann... Da... Wer schreibt? Ich hab geschrieben, wir haben so eine Maßnahmengruppe. Starke Leistung, ja. Sauber, meiner. Im Bad. Im Bad. In Bad. Untertitelung des ZDF, 2020